Ich werde gespannt sein, ob es überhaupt machbar ist für so Normalsterbliche wie jedes Jahr. Ich freue mich vor allem, einfach zwei Wochen in der Natur zu sein. Ich kann es nicht mehr erwarten. Ich warte richtig auf den Tag, was endlich losgeht. Ich wünsche mir allen Respekt. Ich glaube, ein sehr grosser Faktor wird das Wetter sein. Es werden drei Wochen, die in jedem von euch ist und in Erinnerung bleiben. Wir werden wahrscheinlich auf den Sack gehen. Ich will hier zwei mehr.